So, salve de skimuli, de skimulek, heute ist Freitag, ich bin ein bisschen hier im Chiller Look, ich habe auch wieder meine mega bequemen kurzen Jogginghosen an, die sind einfach so brutal bequem und ja genau, heute ist Freitag, heute ist der Video Day und guck mal, ich habe einfach einen mega monster fetter Pickel da bekommen, weißt du, das ist wieder so typisch, die ganze Zeit hatte ich so eine Porenreihe Haut und heute, wo ich vor, beziehungsweise morgen, wo ich dann vor 15.000 Leuten irgendwas machen soll auf der Bühne habe, bekomme ich einfach so ein zweites Gesicht da oben. Das ist wieder so typisch, naja, auf jeden Fall ist das hier ein Infovideo, wo ich mal sagen wollte, dass die OMG-Folgen jetzt erstmal wieder ein bisschen aussetzen, weil ich jetzt ja bis Montag in Köln bin und ich muss ja immer aufnehmen und muss dann erstmal in die Stadt fahren, um das hochzuladen und das kann ich jetzt ja dann schlecht an einem Tag alles machen und deswegen werde ich am Montag, wenn ich dann heimkomme, beziehungsweise ich komme Montagnacht heim, also den Dienstag, fange ich wieder an, ein paar OMG-Folgen aufzunehmen, wenn ich dann wieder in die Stadt komme, oh, da oben ist ein Flugzeug, so cool, dann werde ich, oh mein Gott, meine Haare, Ja, ich gehe gleich duschen, ich komme gerade aus dem Bett und habe so mega durchge... äh, Haare, ist gut, und, ah, meine Armstüchle, ähm, genau, wollte ich nur kurz ein Infovideo geben und ich hoffe, dass wir uns heute alle sehen. Ich bin irgendwie 15 Uhr bis 16 Uhr habe ich, glaube ich, ein Meetup, falls euch nochmal was ändert, steht alles in der Infobox und ansonsten seht ihr mich dann ja morgen auf der Bühne und ich hoffe einfach, dass wir mal ein bisschen reden können und so und, ja, wenn überhaupt irgendjemand von euch auftaucht, oh man, genau, das war's dann soweit und wir sehen uns dann heute, später vielleicht oder morgen, haute rein. Und...